So, mal ganz kurz, ja. Ich bin ganz heißer. Ich bin selbst auch mal Obdachlosin geworden. Und zwar ganz perverse Weise, man hat vor lauter Hopp-Gear mir meine Brüder abgebrannt. Das war genau vor drei Jahren. Dann rannte ich durch Delperlin, komme ursprünglich aus dem Sudan, wo mir überkriegt dann genug Stresses. So, aber um das Ganze zu versüßen, könnte man ein Lied singen. Und dann könnte das Ganze wieder sich umwandern. Wie das Wandern ist des Mülleslos nicht. Das Wandern kann auch manchmal des Mülleslos sein. Und Martin Müller, du siehst die gefälligste Warm an. In den roten Rathaus stehst du nicht alleine da. Ja, eines Tages kann ich auch mal Obdachlosigkeit erzwingen. Und nicht nur die Kinder, Bürgermeister. Und warnten. Ihr könnt auch auf die Obdachlosigkeit Achtung geben. Nicht jeder Penner ist gleich Penner. Ihr seid auch Penner in Uniform. Das könnt ihr euch glauben. Eines Tages könnt ihr euch das auch treffen. Jeder des Seinem und jeder des Ihres. So, und das Ganze nochmal kraft, irgendeine Atmungslosigkeit und irgendwie das Mitfühlen zu wissen, müssen wir uns zur Stimmung erheben, bevor es zu spät wird. Wer es sonst zu spät wird, ob es Rache-Süße ist oder Quatsch am Kopf ist, jeder hat es einmal verdient. So, ich liebe noch. Ich schrei mal nach uns heute noch weiter, bis wir alle mal Wohnungen haben. Bis wir alle Wohnungen haben als Menschen. Und keine Tiere auch ohne Wohnungen, ohne Pflanze, ohne Erde. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Es kann doch nicht mal was sein. Unsere Regierung weltweit verspeisen sich mit Humor. Und wir müssen Suppen essen. Im Sommer müssen wir Suppen essen. Also gibt das. Frau Merkel, essen Sie auch Suppen in Sommer? Das ist eine Schuhmutter, na? Jetzt müssen wir mal singen, damit die auch mal gute Laune denken. Und denken, Armut kann jedem auch mal begegnen. Krieg kann auch jedem mal treffen. Beleuchtung kann auch bei Tag und Nacht auch mal betrachtet werden. So, lass uns einfach mal gemeinsam einen wunderschönen Das Wandern ist das Möhlerschluss zusammensingen. Wer hier lauter desto ab muss, fährisch und ganz gemütlich unser Thema heute wieder Stimmaufall gerührt wird. So, ich steh mal ein. Das Wandern ist das Möhlerschluss. Das Wandern ist das Möhlerschluss. Das Wandern. Es muss kein schlechter Möhler sein, dem niemand traut das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern. Das war andern, das war andern, das war andern, das war andern. Von der Schwanzerfälle! Danke! Hammergeil! Vielen, vielen Dank!